Magnesium ist ein wichtiger Mineralstoff, der für viele lebenswichtige Funktionen im Körper gebraucht wird. Magnesium kann vom Körper aber nicht selber hergestellt werden. Deswegen müssen wir es aus der Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel beziehen. Natürliche Quellen für Magnesium sind beispielsweise grünes Blattgemüse, Nüsse, Samen und Fokornprodukte. Obwohl Magnesium in einigen Lebensmitteln gehalten ist, nehmen viele Menschen trotzdem Zweeney davon zu sich. Faktoren wie die Schöpfung unserer landwirtschaftlichen Böden, Alkoholkonsum oder die Einnahme von Medikamenten beeinträchtigen die Aufnahme von Magnesium. Aber auch verschiedene gesundheitliche Probleme können zu einem niedrigen Magnesiumspiegel führen. In diesen und weiteren Fällen kann mit Magnesiumkapseln nachgeholfen werden. Sobald Magnesium bis Glycinat eingenommen wird, wird es im Magetantrakt aufgespalten und vom Körper absorbiert sowie in Blutkreislauf transportiert. Im menschlichen Körper spielt Magnesium eine wichtige Rolle bei der aufrechter Haltung der Muskel- und Nervenfunktionen, bei der Regulierung des Blutdrucks, bei der Unterstützung des Immunsystems und der aufrechter Haltung eines stabilen Herzrhythmus. Magnesium ist auch an der Bildung von Knochen und Zähnen beteiligt. Es kann aber auch dazu beitragen, dass Stress abbaut wird und Entspannung gefördert wird. Magnesium hilft nicht nur, diverse Mangelerscheinungen entgegenzuwirken, sondern gehört auch für Sportler zu den wichtigsten Mineralstoffen. Für die Leistungsfähigkeit beim Training und Wettkampf ist eine gute und vor allem ausreichende Magnesiumversorgung besonders wichtig. Wer kennt es? Ihr wacht in der Nacht auf und habt diesen unheimlichen Krampf in den Waden. Hüpftet irgendwie aus dem Bett und hofft, dass der Krampf durch ein wenig Gegendruck möglich schnell wieder verschwindet. Das kann bereits ein Anzeichen des Magnesiummangels sein. Häufige und typische Erscheinungen bei einem Magnesiummangel sind eben solche Muskelkrämpfe, aber auch Muskelzuckungen oder Muskelverspannungen. Magnesium ist aber auch an vielen Prozessen rund um die Energieproduktion im Körper beteiligt. Deswegen ist auch bei Müdigkeit und der Schöpfung vielleicht schon ein Magnesiummangel. Auch wer Schwierigkeiten beim Einschlafen hat, einen unruhigen Schlaf oder häufige Wachphasen in der Nacht erlebt, kann an einem Magnesiummangel leiden. Ein Mangel an Magnesium kann auch zu Stimmungsschwankungen, Reizbarkeiten und sogar zu Depressionen führen. Und nicht zuletzt ist Magnesium wichtig für die Aufrechterhaltung eines stabilen Herzrhythmus. Ein Mangel an Magnesium kann zu Herzrhythmusstörungen wie Herzrasen, Herzstolpern oder unregelmässigem Herzschlag führen. Auf dem Markt sind unterschiedliche Formen von Magnesiumpräparaten erhältlich. Umso wichtiger ist es darauf zu schauen, dass das Magnesium eine besonders hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Beim Magnesiumbisglycinat handelt es sich um eine spezielle Form von Magnesium, wo das Magnesium-Ion an die Aminosäure-Glycin gebunden ist. Diese Bindung ermöglicht, dass der Körper das Magnesium effizient aufnehmen und verwerten kann. Magnesiumbisglycinat ist nachweislich die beste Form mit der höchsten Bioverfügbarkeit und damit mit der besten Wirkung. Im Gegensatz zu anderen Magnesiumformen ist Magnesiumbisglycinat viel schonender für das Verdauungssystem. Das macht es zu einer besonders guten Option für alle, die einen empfindlichen Magen haben oder eine grössere Menge an Magnesium einnehmen müssen. Gegenüber den meisten Magnesiumpräparaten enthalten unsere Magnesiumkapseln keine Trenn- und Fliessmittel und auch sonst keine bedenklichen Zusatzstoffe. Unsere Kapselweilen sind auf pflanzlichem Ursprung und damit auch für Veganer tiptop geeignet. Ausserdem sind unsere Kapselweilen transparent, das heisst, wir verwenden keine schädlichen Farbstoffe für unsere Kapseln. Und wie vorhin schon erwähnt, setzen wir bei unserem Magnesium auf die Form Bisglycinat, die im Gegensatz zu anderen Magnesiumformen die höchste biologische Wertigkeit hat und nach aktueller Studienlage des Körpers auch am besten verwertet werden kann. Unsere Magnesiumbisglycinat-Kapseln, damit auch du wahre Erholung erlebst.